Wir haben nichts weggebracht, äh, gehen wir mal gucken, nein, passt, passt, und Blumen! Farmergate, ich hab eine, ein, 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 ein Bitte an dich, ich brauch Cauliflower, könntest du mir eine bringen? Shit, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Das tut mir jetzt leid. Naja, ich hab da scheinbar links noch irgendwas, aber wie lange hab ich dann Zeit? Scheinbar hab ich ganz lange Zeit, okay. Dann geht das in Ordnung. Ich weiß, dahinter ist eine, aber ich seh's nicht so gut, deshalb... Äh, das ist jetzt blöd. Könnte sein, dass das hier Cauliflower werden? Oh, Blue Jazz! Die eine sah aber nicht so blue aus wie die andere. Blue Jazz können unterschiedlich blau werden. Interesting. Aber ich glaube, wir müssen noch mehr anbauen. Das geht gar nicht. Zumal ich jetzt hier auch wieder... Ah, haben wir doch Spaß. Achso, Entschuldigung. Warum nicht? Ähm... Und meine Cales... Oh, da wird es so schön. Da muss ich einfach einmal rüber und dann hab ich's. Und wir gucken mal, ob... Ah, ob da schon was drin ist, aber sieht nicht so nach aus. Nö, ob da überhaupt was rauskommt, ist jetzt die Frage. Weil, wie gesagt, das... Keine... Harz. Harz. Kingdom Harz. So, äh... Wir haben sieben und ein nur. Nur einer ist bessere Qualität. Dünger ist so Dreck. Nicht wirklich. Kann der Dünger nichts für... Der Dünger war ja umsonst. Aber trotzdem. Machen wir jetzt nochmal ein bisschen Dünger. Für später. Und dann gucken wir mal. Ich hätte die 40 dafür nicht ausgeben sollen. Ich wusste nicht, dass ich das brauche. Düng, 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 Düng. Machen wir 20. Und... Die Blumen sind zwar wunderschön, aber wir gucken mal, wie viel die bringen. Und ein paar Steu brauchen wir sowieso verkaufen. Ah, shit. Alles doof. So. Bada-Bi-Bum. Ah, nicht vergessen zu gucken, ob ich wieder schenken kann. Alex darf ich nicht schenken. Weil das Spiel... Mir kann man nicht jeden Tag was schenken. Ich würde nicht sagen. Das ist zweimal in der Woche. Das reicht jetzt aber auch. Oh, Katze! Hallo! Hallo, hier hast du Wasser. Mhh, Teichwasser. Viel Spaß! Wir gehen wieder einen Weg... ...des Alltags. Das hier ist einfach so ein Weg zum Entspannen. Wir gehen nach oben, weil wir einfach entspannen wollen. Und die Zeit... So, sagen wir so... Ah, gute Luft. Hallo, Leine. So, ne? Zum Beispiel. Bitte zerstör nicht mein Zelt. Was bist du denn für einer? Ist schon mal passiert. Ah, stimmt ja. Ich vergesse es. Ich bin Harvest Moon gewöhnt. Jeden Tag rumlaufen und den Leuten Geschenke machen. Jeden Tag. Und hier muss man sich auch mal um andere Sachen kümmern. Das ist ja voll... Das ist ja voll... Äh... Hi there. Das ist ja voll Nazi. Du kennst doch meinen Sohn Sebastian, oder? Er lebt unten. Er ist ein bisschen schüchtern. Aber wenn du nett zu ihm bist, wird er sich bestimmt... Äh... Dir öffnen. Ja. Das hört sich jetzt auch... Naja. Hier. Danke. Bitte. Äh... Robin ist ganz schön, äh... Hitzköpfig. Es ist besser, sie nicht zu ärgern. Aber bitte sag ja nicht, dass ich dir das gesagt habe. Okay. Ein Herzchen. Ah, ich kriege sowas von eine tolle... Wow, das ist eine Andeutung. Andeutung auf Harvest Moon. Oh mein Gott, ich bin so ein Fanboy. Okay. Ich weiß nicht, wie andere sich fühlen, wenn sie irgendwie... Was gesehen haben. Ein Remake oder sowas. Und sagen, oh, wie damals. Wow. Äh... Ich mag aber Andeutung von sowas viel lieber... Als, äh... Pop-Andeutung. Also, wenn sie zum Beispiel irgendwie Hulk Hogan oder sowas andeuten. Machen sie auch bei Punch Club richtig scheißnervdötend. Weil... Real-Life-Sachen bringen einen voll raus. Wonach geht das Teil da unten? Also die Leiste? Naja. So, wir haben Morgan und Shane. Das heißt, ich hole meine Cola heute, damit ich es nicht vergesse. Quarz! Habe ich das nicht? Okay, Emily. Wollen wir dir. Kein Problem. Dieser Fehler nervt. So, Quarz haben wir. Das, das, das glaube ich, habe ich extra nicht verkauft. Yay! So, Blumen geben 50. Das suckt. Das ist so wenig. Soll ich dir mal geschenken? Ich brauche das Geld am Anfang. Ich muss, äh, ein bisschen, ne? Ein bisschen muss sein. Okay, wir haben noch neun Tage. Okay, dann machen wir... Das heißt, die geben 20 plus. Die Jazz hier. Jazz? Wenn ich sie verschenke, habe ich Minus gemacht. Ähm, das heißt, die werden auch verkauft. Es sei denn, ich weiß, wer Blumen mag. Oh, ich wollte zu Hause noch gucken. Dann tue ich die lieber zu Hause mal rein. Ich möchte das aber verschiffen. Ah, ist egal. Verschiffen. Das heißt, ich... Ich verschiffe dich! Ah, paar Snips sind doof. Vielleicht später, wenn man richtig viel hat. Und richtig, äh, viel machen kann. Dammit! Potatoes haben aber auch nicht so viel gegeben. Ich glaube, nur 30 plus. Äh, ich habe keine Zeit für den Scheiß. Aber okay, komm. Sechs Potatoes. Nein, nicht verkaufen! Nein, ich habe... Nein, ich wollte zu hoch. Ich habe es nicht dran gedacht. Jetzt hast du aber schön Geld durch mich gemacht. Du Arsch. Jetzt bin ich sauer. Jetzt hat er Geld gemacht. Oh, darf ich da nicht hingucken. Hallo, Alex, mir geht's schlecht. Pierre hat Geld von mir gemacht. Wie geht's dir, Farmer, äh, Kerl? Oh, ich habe vergessen. Wir müssen mal wieder Push-Up machen. Ich muss jeden Tag. In jedem... Bla, 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 bla. I see, I see, I see. Du läufst durch deinen Mann einfach durch. Okay. Okay. Hast du mir auch schon erzählt. Dankeschön! Dankeschön, Dankeschön! Alles wird gut. Dann kaufe ich mir jetzt erstmal... ...ne Cola. Ah ja, ist ja... ...ist ja noch nicht so spät. Und... Oh, ich brauche einen Coop. Fucking Coop. Dammit. Soll ich vielleicht... ...irgendwas besser machen? Hilft das? Hey, sag mir mal, was hilft. Weil zum Beispiel Watering Cran... Ähm... Warum ist die besser? ...als meine. Sie ist nur aus einem anderen... Ich meine, es ist eine Wasser... Sie hat Wasser. Eine Kanne mit Wasser. Oh mein Gott. Ach so, er veredelt sie nur. Das steht links. Äh, ich... Ähm... Ich werde sie ein paar Tage verlieren. Ja, dann nicht meine Wasser, ne? Meine Wasserkanne. Ah. Mit der Axt könnte ich vielleicht... ...größere Sachen... ...weißt du? Für ein paar Tage... ...fünf Copperbars könnte ich sogar machen. Ich könnte eventuell dann... ...die größeren Holzstücke da... ...weckauen. Nee, ich brauche mal einen Coop. Sorry. Ich brauche mal einen Coop hier. Ja. Ah, okay. Ja... 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 Kaufe ich die Cola, halte direkt hier vorne Und dann können wir morgen gleich Shane Wir können aber auch morgen Shane einfach nur im Laden besuchen Und dann kaufen und ihm direkt geben Das ist so, ich weiß nicht Fünf Meter Entfernung Das ist so wie wenn man eine Frau aus Blumen aus dem Floh Tankstelle holt Jodie Oh nein Pam, Pam, Pam Pam, Pam, Pam Auch schon Äh Ich habe in letzter Zeit nachgedacht Ich bräuchte ein Hobby Ähm, etwas anderes als die ganze Zeit Mit dem Saloon rumzuhängen Hast du eine Idee? Hm, vielleicht spiele ich mich Gegen mich selbst Dame Frag doch einfach mich Dann eben nicht Mir doch egal Hallo Luis Ja, alles in Ordnung Danke Ich gehe den unten mal lang Oh mein Gott Geile Moves Boah, Skateboard Sam Boah, Wuhu Yeah Jetzt mach'n Spin Boah, 100 Punkte Wuhu, wegen dir kann ich in den Müll nicht rummachen Ja, ich kann den Müll nicht angucken Wuhu Er ist nicht nur Sänger, er ist auch Skater Wow Äh, ja Ja, über Farben hast du nachgedacht Willst du vielleicht Nee Emily mag vielleicht bunte Blumen Wuhu Wuhu Okay Vincent Ah, wahrscheinlich in der Schule Schule Ich sag einfach mal Schule Wuhu Oh mein Gott Sam ist nicht nur Musiker Und hat eine seltsame Frisur Er ist auch noch Skateboardfahrer Wie ist das Wetter? Geh einfach raus und guck Ähm, ich brauche nichts davon Hallo Meistens bin ich im Saloon nachts Ähm Tiere sind zwar tolle, äh Es ist toll mit Till zusammen zu sein Aber du brauchst auch ein bisschen Kontakt mit Menschen Und du solltest vielleicht dein Heu nicht direkt neben dem fucking Feuer hinlegen Boah, Bitch Das ist unverantwortlich mit den Tieren Die können nicht mal weglaufen Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh, Schwein Okay, wir haben Tulip Spring Seeds Ja, das ist ein bisschen zu spät Jam Pufferfisch Poppy Seeds Hast du irgendwas Besonderes? Oh, äh Oh, boah Pinken Office Share Geil Das brauche ich für meinen PC später Und seltene Seeds Hm Könnten wir ja eigentlich kaufen Und dann Anfang Sommer Gleich am ersten Tag Rein und, äh Machen Aber das sind tausend Wenn ich sie nochmal finde Bis dahin Dann vielleicht Oh, oh Oh, oh Ah, das ist jetzt nicht Nicht da, wo ich wollte Oh, da komme ich auch gar nicht hin, habe ich das Gefühl Ja, komm, hör Oder Nö Kann ich seitlich? Juhu Dammit, du hast mir jetzt mein Perfekt genommen Komm, du Arsch Okay, jetzt war es das auch Wie es scheint Willst du kaufen? Habe ich Fisch Willst du nicht kaufen? Hab Fisch Lachen wir sehen Oh, ich habe Jam für dich Warum will sie mir Jam geben? Wer bist du überhaupt? Wieso denkst du Ich bin jemand Der Jam haben möchte? Sehe ich wirklich so aus? Weiß nicht Das macht Gibt mir zu denken Ich habe Jam Ich habe Jam Yo So Jetzt kommen erstmal Die hier So, ein bisschen Ordnung muss sein Obwohl ich jetzt wieder ganz viel Platz habe Soll ich noch mehr holen? Ja, komm Geld ist Geld Aber Quarz Für Emily Fast vergessen Und die Blumen probieren wir auch gleich Nein Danke So, Quarz Quarz für Emily Das ist auch noch ein guter Quarz Emily Ich habe vergessen Die Blume rein zu tun Machen wir jetzt schnell Eat? Nein Wieso Eat? Ist doch nicht die Blume Was bist du denn? Okay, was soll's Jetzt schaffen wir es noch Einfach mal genießen Wie er läuft Obwohl er ein bisschen aussieht Wie so eine Puppe Wo die Beine so hin und her schwingen Uiuiuiui Okay Emily Gucken Suchen wir gleich Erstmal geht's hier rein Hi It's Farmergate Oh, gerade noch gesucht Ich habe vergessen, wann er auf hat Muss ich zugeben Ich könnte auf der Map nachgucken Ich weiß das Ich bin faul So Bean bringt nichts mehr Das bringt nichts mehr Ich könnte Potatoes machen Ich habe dir so viel Geld gegeben Weil ich dumm bin Ja, jetzt hasse ich dich So Noch mehr Kale? Ich meine Kale hat wie viel Plus gegeben? Ich glaube 40 Potatoes Nur 30 Das heißt Kale Geben mir 10 mehr Mathe-ass Ich nehme jetzt 2 hiervon Ähm Noch 2 Kale Und 4 Potatoes Oh yeah Tschüss Ja, habe ich gerade so geschafft So, jetzt gucken wir mal Wo Emily sein könnte Emily arbeitet im Salon Oh mein Gott, hi Oh Da ist ein Hund Da ist ein Hund drin Wer kümmert sich um den? Alex, wollen wir einen Hund zusammen haben? Oh, du bist doch Leer Wer bist du noch mal? Need a hot meal? Nein Okay Hey Emily Du wolltest doch Quarz haben Aber ich gucke lieber noch mal Danke Danke dir Okay Und Emily hat bestimmt ein Herz bekommen 75 nur Für ein Qualitätser... Äh Ne? Und Jody möchte immer noch ein Cauliflower Ja, machen wir dann Aber Magst du mich jetzt mehr, Emily? Emily hat ein Herz! Yeah! Ich weiß immer noch nicht, was ich mag, aber Emily Yeah! Ich mag Emily Äh Ja, ja, Pierre Du hast mich ausgenommen Oh, Jo Äh Robin, ich mag dich Ah, dich mag ich auch Und dich mag ich auch Und dich mag ich Shane Hast du keine Arbeit Zu tun? Wir haben doch so schön gekuschelt Jody Ich hab schon Leute, die ich mag Man kann jetzt nicht sagen, ich bin nur negativ Ich kann ja auch nicht immer jeden mögen Wir sind Leute immer so spekt Äh Die jeden mögen Ich glaub immer die lügen Aber naja So Jetzt nämlich Die Potatoes Machen wir mal Und den Fisch Den bringen wir gleich weg Aber Weil das ist eigentlich nur für Energie Der Fisch bringt nicht mehr viel Energie Und die kann man so essen So Da 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 Und Äh Die Tulp Die kommen Da Und da Und Weil es besser aussieht Auch wenn es dämlich ist Lasst mich Das sieht bestimmt besser aus So Ach nein Die werden ja nicht gleichzeitig jetzt Weil ich einen Tag gewartet habe Das sieht also nicht schöner aus Egal Und hier noch Schön Erdbeeren werden wir auch nochmal haben Da läuft noch nichts Das hätte ich vielleicht anders machen sollen Und jetzt wird Mit dem Rest der Energie wieder Gefällt Und zwar Bis nach Also hier die obere Seite würde ich mal sagen Bis zum Schreien Will ich ein bisschen frei haben Obwohl der Schreien Ja eigentlich auch ein bisschen Ruhe haben könnte Aber ich würde gerne einen Weg machen zum Schreien Und das finde ich zum Beispiel sehr geil Dass es geht Ne Da Wir brauchen nämlich jetzt ganz viel Holz 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 Vor der Hütte Aber nicht wirklich Denn da habe ich das Holz weggemacht Holz 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 vor der Hütte So Obwohl der Ne Die einen sehen die ja ganz gut aus hier Oder Aber nee 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 Die Die Direkt um Oh Entschuldigung Entschuldigung Ist so gut Ist gut Danke fürs Bescheid sagen Hey Katze Komm rein schlafen Komm rein schlafen Oh Entschuldigung Ich habe sie getreten Ich tue mir leid War nicht so gemeint Ah So Habe ich überhaupt schon einmal ein Maple Seed Wegegeben Weil ich will das ja auch hier Alles einmal weggeben Habe ich überhaupt schon Seeds weggegeben Das ist Artefax 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 und Obelix Gehen auf die Straße Oh mein Gott Oh mein Gott Ich habe ein Dandelion schon einmal weggegeben Ah Ei 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 Seed habe ich auch schon weggegeben Aber davon noch nicht Acre noch nicht Den Rest habe ich glaube ich schon einmal weggegeben Man möchte das ja auch vervollständigen Ich weiß nicht ob das das bringt Aber Oh wartet kurz Das wollen wir noch rausfinden Hier nämlich Wundenplank Um deine Flora besser zu machen Da will ich einmal gucken Ob das geht Shit Hier habe ich doch ganz viel Holz Kann ich Wieso kann ich da nicht irgendwas mitmachen Wow Sieht das scheiße aus Das ist wie ein Gleichzeichen Welche Zahl kommt hier hin Und welche Zahl kommt hier hin Okay Ich habe keine Energie mehr Und nichts Das heißt Heute wird früh geschlafen Wie die Katze Schläft immer Und So Das brauchen wir nur Im harten Fall Im harten Durchfall Seed wollen wir noch verkaufen Blue Jazz können wir verkaufen Ja Ich brauche jetzt immer Geld Guck mal wie ich da die ganze Zeit Horseradish hier gewartet habe Und jetzt Ne Und jetzt Ne Oh Voll scheiße ey Alter Hardwood Resource. Das ist ein Resource? Dann behalten wir das mal schön. Vielleicht kann man da irgendwas Hartes draus machen später. Haben wir schon... Ach, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich das auch noch wegbringen. Krieg ich wenigstens einen Eintrag. Wieso kommt bloß eigentlich nachts? Sehr seltsam. Okay. Was ist das? Äh? Was ist das? Ein Kotzeimer? Okay. Wir können einfach das Fenster woanders hin tun. Wir können das auch woanders hin tun. Das war interessant. Okay. Die Truhe können wir nicht wegtun, weil da was drin ist. Bullshit! Farming! Oh, ich muss was trinken. Geil. Also wir sind besser mit der Wasserkanne geworden. Und mit unserer Hoe. Und wir können jetzt ein Stonefence machen. Das sieht bestimmt richtig schön aus. Wofür brauchen wir dann Stein... äh... Zaun? Weiß ich nicht. Vielleicht für die Hühner? Vielleicht? Und wir können eine Mayonnaise-Maschine machen. Haha, ich hab noch nicht mal Hühner. Und wir können einen Sprinkler machen. Halleluja. Blub, 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 blub. Ein Acorn bringt 20. Okay. Okay. Da steht okay. Deshalb hab ich okay gesagt. Pritis-Maschine. Gut dachte aber. Bis zum nächsten Mal.